Hi, wir sind hier gerade im Six Tanks Brewing Co. in Darwin im Northern Territory. Es ist ein extrem schönes Restaurant und auch gleichzeitig eine Brauerei. Hier wird im Haus Bier gebraut. Und zwar wirklich sehr unterschiedliche, auch wirklich gute Biere. Zum Beispiel Haselnussbier. Es lohnt sich auf jeden Fall mal die zu probieren. Es gibt aber auch unglaublich gute Cocktails. Vor allem die Martinis sind super. Und auch das Essen ist extrem lecker. Sieht sehr, sehr gut aus. Es gibt Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch, Känguru. Es ist auch eine Mischung aus unterschiedlichen Küchen. Also zum Beispiel orientalisch, italienisch, französisch, spanisch. Es gibt auch Tabas, die sind extrem lecker. Also falls ihr wirklich mal gut essen gehen wollt, hier in Darwin, dann können wir euch wirklich empfehlen, hierher zu kommen.